so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge miss survival und zwar ja so wie leute irgendwie hatte ich mich die woche echt vertan mit den videos ja und ja zwischendurch ein aufnahmepass gemacht also bis jetzt und es hat ja nicht funktioniert mit den mit der sniper hat nicht so wirklich funktioniert aber ich sage warum erstmal nach hause gucken mal auch mal den haben wir schon erstellen können richtung jetzt naja dann werden wir mal so irgendwie was basteln das sehen vielleicht haben wenn man noch drei vier mal neu starten oder so vielleicht haben wir dann glück dass wir mal eine sniper bekommen wir können auch mittlerweile oder der weile nicht mittlerweile sondern der weile der weile mal ein bisschen gleich mal rücken auf vier kisten sind würde ich gerne weg lesen was baut ist die 5 6 jetzt habe ich die fahrten von habe ich die fahrten von haben gesagt einmal jetzt hier durchsuchen auch wir auch was schränke mäßig ist was man mitnehmen kann okay gut das war einmal doch ist so was war mein andruck gedanken eigentlich ja haben wir okay da haben wir dann ich glaube hier finden ja da wir waren auch keine kisten keine koffer hier wo kaum nichts ja nee ich dachte jetzt das muss so gucken kann man nämlich schon mal vor stau raum schaffen oder stauraum schaffen noch mal oben hier noch mal gucken so genau hier so eigentlich wenn wir den hammer schon hätten ich glaube den kind aber doch eigentlich schon was denn und ich bin bloß mal ganz gut aber hier kommt man da glaube ich auch keine kisten drin oder so ne meine jetzt kisten den zimmer immer mitnehmen können weil ja ist ja alles doch die kann man mitnehmen die nehmen wir mit mit ach da haben wir ja schon ich wollte ja so soll noch allgemein mal so gut rum machen das zu gucken hier muss man dann sowieso ja die haben wir ein paar autos ein auto und zu legen wo auf dem kisten mitnehmen könnte brauchen wir nämlich die da hausen hat man ja noch nicht gelootet oder haben wir das übersehen und noch eine axt warum ja ich noch nicht oder so da kann man ich brauche viel alkohol braune wo so viel bandagen brauchen dann gar nicht dann haben wir doch alles voll mit bandagen er wäre nicht schlecht ne sicherheit ne munition gut aber hier noch schönes ja pretto pretto immer echt her selber herstellen zwingend nötig jawohl wir wollen echt noch nicht hier aber ich wäre nie auf die idee gekommen auf das dach zu springen ehrlich ja wie viele plätze haben wir denn jetzt was ist denn das eigentlich von der munition ist das für uns zwei ja ja munition herstellen habe ich das nicht vorher anfang erwähnt ja genau also den hammer herstellen und munition genau genau wo leute ist ja was ich mache ich wäre mal dass definitiv aus dem inventar nä so und zwar jetzt zweites schön haben wir mehrere aber gut gut ich würde sagen das sind wir durch ne das hier hinten noch irgendwas ne gist haben wir nicht gefunden oder 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 so ne ne gut weiter geht's genau es geht weiter doch nicht in alle ecken und kanten das kann das kann gut auf die straße schön die die mutter noch mal luten hier so so ja so alt so hier ist ja auch doch ja eventuell in der nähe aber ja ne kist und ich weiß es nicht neuer glaube ich nicht mehr ne der nutz war ja glaube ich nicht jetzt hat man was denn jetzt muss entschuldigung entschuldigung die lud war ja glaube ich nicht mehr ne Hier hat man ja geloodet. Nee, war nix mehr. Ja, pardon. Nicht. Nee, ist nicht. Ich mach eine Kiste mit mir. Okay, alles gut. Gut, dann geht's weiter. Waren eigentlich in den Hotelkisten? Hab ich keine. Ich glaube nicht, oder? Ja, da können wir ja mal reingucken. Könnt ihr mal reingucken? Ja, so viele Türen sind ja nicht mehr offen. Ah. Schränke. Warum können wir Schränke eigentlich nicht mit? Meine Loot gibt's hier auch nicht mehr. Alles leer, brauchen wir gar nicht zu gucken. Verkauf war hier auch nicht, oder so? Nee. Ach, da ist ein Kumpel. Kann man den mitnehmen? Ja. Ah, das war's auch nicht. Ja, das ist alles Stauraum für zu Hause. Koffer werden wir aufs Auto backen, so. Koffer sind so. Den gefällt, ja. Oh, echt jetzt? Aber kistenmäßig, wir haben dann... Kistenmäßig, wir haben dann... Kistenmäßig, lassen wir zu Hause. auch jetzt hier einfach auf das erste mal erst mal nicht so tiert wenn ihre weibungen sind hat man ja schon hinten brauchen wir doch überall tritt das nehmen wir auch mit ich weiß holz waren da unten nicht eigentlich immer zombies drin also die frage ich mich gerade aber da oben waren doch zombies drin wurden sind wo waren die hier wo sind jetzt die zombies sind wir wollen doch noch nicht drin in den räumen hätte da müssen wir unten noch mal reingucken warum stimmt da war doch eigentlich den schloss war ja schon das ist noch ein koffer drin müssen wir mal noch mal die batterie holen den gut holen den haben wir zu hause und auch zwei batterien holen ja das geht bei mich machen aber ich kann noch mal die andere hütte die fallenden auto da müssen wir gucken wenn dann waren die ja hier genau wir haben die echt schon gekillt ich glaube und kümmer nach hause weiter nach hause ja gut heute nicht viel erreicht dauer wohl vorbei Hush, hush. Oh, genau. Wätschö! Wätschö! Wir haben einen Koffer gefunden. Wätschö! Ja, ist fertig. Schön. So. Wätschö. Fertig. Dann könnten wir eigentlich... Ich überlege, ob das gerade... Wir brauchen... Ne, ich musste gerade mal kurz was nachgucken. Sorry, Leute. Äh... Moment. Für den Hammer. Für den Hammer. Brauchen wir... Ja, Bretter ist ja nicht das Thema. Da haben wir jetzt fünfe. Da brauchen wir vier. Da haben wir ja schon welche, glaube ich jetzt. So. Ach nee, da haben wir ja schon neun. So. So. Das mit. Und das haben wir, ne? Äh... Jetzt brauchen wir... Oh, jetzt hab ich die Bretter vergessen. Wie viele Bretter waren das? Ähm... 10. 10 Bretter. Da haben wir noch 10 Bretter rumliegen. Ach, da haben wir schon. Ach, ja. So. 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 Stellen wir uns jetzt endlich den unseren Hammer her. Jawoll. Was? Mal herstellen. Um alles am besten zu kloppen. Ja, eh, hätte ich gerne, ne? Selbst... Na, ich weiß ja nicht, ob das Rätschir kann. Ich weiß es nicht. Ach, ja, noch für selbst. Jawoll. Jetzt haben wir unser Hammer. So. Einmal. Einmal. Einmal frei. Und wir haben Durst. Was zu trinken, so. Ja. So. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt will ich mal gucken. Wir können doch mal hier oben hingucken. Äh... Mal gucken, ob so ein Auto schon wie es kommt ist, was man zu legen soll. Nee, da unten steht schon ein Wohnwagen. Cool. Den zu kloppen wir jetzt. Er wird jetzt zu kloppt. Wird nicht da runtergepackt, den Hammer. Oh. Oh. Was spalt auch schon hier. Okay. Was ist jetzt? Ach, geht schon schneller, ne? Schneller. Schön. Gefällt. Gefällt. Und ich... Kann es sein, dass man weniger Ausdauer verbraucht hat? Oder brauchen wir... Wenig oder? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann mit so einem schweren Hammer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da weniger Ausdauer brauchen. Aber es macht dich halt schöner. Wir brauchen nicht so viel... So nicht so lange. Was ist das wohl? Was gefällt mir schon? Komm noch in. Komm, komm. Komm. Gehen wir nicht. Gehen auch nicht. Hier ist gehen wir mehr. Schade. Aber... Geile Sache, oder? Jetzt haben wir unseren Hammer. Jetzt will ich bloß mal gucken. Da ist er jetzt bei 99,5%. 99,5%. Was wir an Reparatur brauchen... Werden wir reparieren. Ja ihr Lieben, ich habe dann noch einen Plan. Wir bauen uns eine Festung. Ach ja, das kann man noch zu kloppen hier. Wir bauen uns eine Festung. Da ne wo. Ja, wie es auch... Wir bauen uns hier eine Festung. Können wir das ja eigentlich erpreisen? So, das können wir abreißen. So, das können wir abreißen. Aber ich habe jetzt meinen Hammer. Aber ich habe jetzt meinen Hammer. Ich habe jetzt meinen Hammer. Äh, wir bauen uns... Was hieß, eine Festung? Ne, eigentlich doch schon. Und zwar... Ich habe mir überlegt, eigentlich den Spielplatz drinnen zu lassen. Aber... Das wird zu riesig. Das wird einfach riesig. Da hinten habe ich ja schon mal angefangen. So, die Ecke schon mal zuzumachen. Ecke zuzumachen. Aber... Das möchte ich doch nicht so mit den... Hühnerstellen, sondern so mit den... Baubotos. Da... Ach hier. Mit solchen... Ballen oder so, wie man es nennt. Und da brauchen wir viele Nägeln. Es sind so viele, 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 viele... Das Holz ist ja kein Thema, ne. Aber... Da müssen wir viele, viele... Autos zu kloppen und wurden wahren und so. Aber was ich mir vorher auch noch gedacht habe... Ich meine, hinten könnte man das jetzt schon mal anfangen. So. Hier von der Ecke. Hier in Rhein. Hier in Rhein. Hier in Rhein. Hier in Rhein. Angefangen. Das... Der Hauswagen kann ja offen bleiben. Weil da haben wir ja jetzt die Hühnerzäune drin. Da kommt ja keine Reiten. Da kommt ja keine Reiten. Aber... Das wir hier vorne noch den Hühnerstall bauen. Was ich hier... Was ich hier... Also das hier umstellen. Auf jeden Fall. Das umstellen. Das wir dann hier noch so einen Hühnerstall erst mal bauen. Genau. Was wir jetzt noch nicht gebaut haben. Den Hühnerstall und so. Und dann das Ding ringsherum. Aber da will ich eben nicht... Lassen wir den Spielplatz drinnen? Oder machen wir den drinnen? Oder machen wir den draußen? Oder wir reißen einfach ab? Ja. Ja gut. Also ich würde sagen. Auf jeden Fall. Wir machen in der nächsten Folge. Dann machen wir... Mischen Munition. Und dann vielleicht ein bisschen umdekorieren. Dann... Woher Platz haben wir jetzt in den Inventar? Gornschmuss. Weil es haben wir ja schon mal drei Kisten. Oder waren es zwei? Zwei, ne? Drei Koffer. Die Koffer bleiben drauf. Kisten können wir hinpacken. Die können wir dann verwenden. Ja. Genau. Machen wir in der nächsten Folge. So soll ich das mit den Kisten jetzt noch machen? Ich meine jetzt offline schnell. Ach ne. Das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Das machen wir in der nächsten. Ja ihr Lieben. Somit würde ich mich bedanken und entschuldigen, dass ich mit den Folgen so geschludert habe. Aber ich habe das echt... Ich habe echt gedacht. Ich habe mir Erfolge hochgeladen. Ja man sollte öfters mal nachgucken. Ja ne, so ist es nicht. Ich gucke hier öfters nach. Und ich habe jetzt die Tage auf der Prattocke gehauen. Ach, ich will nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Aber ja. Ist halt so. Gut ihr Lieben. Und somit bedanke ich mich vorher zu sehen. Für eure Hockerberdacher. Für eure Hockerberdacher. Für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und. Schönen Tag nach. Tschüss.